Hallo und herzlich willkommen zurück bei Raft. So, ich wollte hier ein bisschen weiter umbauen. Gut, dazu brauche ich definitiv noch ein bisschen Holz. Da drüben ist eine Insel. Mal kurz ein bisschen entraten, sonst drehe ich noch durch. So, genau, machen wir mal damit weiter. So, das haben wir hier genauso gemacht. Das heißt, oben drauf kommt nur das da. Wieder kein Holz. Ist schon eine interessante Insel. Wir werden dann gleich schauen. Jetzt brauche ich dann die Dreiecke nach oben. Gehen. 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 Ja gut. Okay. Das würde dann noch weitergehen. Und zwar brauche ich wieder Holz. Okay. Ich glaube, ich muss demnächst wieder Holz anbauen. Einmal, zweimal. Gut. Einmal, zweimal. So. Das heißt, ich kann hier mal weg. Wir sollten mal sicher selber nach oben schauen, aber ich glaube, das passt alles. Einen von euch, nämlich dich, nehme ich gleich einmal runter. Bitteschön. Viel Spaß hier. Keine Sorge, der Rest kommt noch. Keine Sorge, der Rest kommt noch. Okay. Das würde heißen, dass wir hier ein Dreieck brauchen. Hier eine Wand. Hier eine Wand. Das kommt dann gleich nach oben. Wo ist du da? Habe ich nicht drüben in der Ecke gemacht? Es gibt so Ecken, okay. Gut. Oh, ein Holz. Und ich könnte das hier mal wegnehmen. Das hier auch. Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Das hier. Das hier ist der 구분. Die in der Wand. Insel riecht sich davon. Das stört mich gerade nicht. Das lassen wir definitiv noch stehen, die Säule. So, ein bisschen abends, aber auf jeden Fall einmal Säule. Ohne, komm. Das heißt, wir könnten da ein bisschen Grünzeug runterbringen und wir könnten uns hier etwas entschlagen. So, wir können das hier mal rausnehmen. Wir können das hier entfernen. So. Wir haben ein paar Felder. Wir haben hier noch einen Sprinkler. Ein bisschen Schrott, bitte. Ein paar Rohre. So. Mist. Wie machen wir denn das? Ist das so? Ähm. Ähm. Ja. 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 Äh. Ähm. Ähm. Ich brauche noch ein paar Rochen. Lass uns! Ähm, nee, kann das nicht gehen. Okay. Ja, wobei das passt, ja. Wie machen wir das am blödersten? Gut. Gut. Rein da. Hätte ich bitte gerne Honig. Dankeschön. Ich hätte gerne die Erdbeeren. Und die Ananas. Und die Wassermelonen. Danke. So. Schraubt. Haben wir gerade keinen mehr. So. Oh oh. Na ja. Dann kann ich wirklich blöd da. Hm. So. Und jetzt nehmen wir das hier weg. Wir nehmen das hier weg. Wir nehmen das hier weg. Und danach müssen wir hier hochgehen. Und das hier auch noch wegnehmen. So. Ja. Jetzt ist hier schon Wasser drinnen. Und jetzt könnte das theoretisch bewässern. Gut. Ich sag theoretisch, weil wir noch zu wenig da unten haben. Wenden. So. Hühnchen komm mit. Viel Spaß. Ihr habt euer neues zuhause. Dann können wir oben das Glas abholen und bis unten hinlegen. Ja. Mhm. Dann mal nehmen. Sehr gut. So. So. Cool. Wir haben da Felder. Alle. Das sieht gut aus. Wasser brauchen wir nur noch hier nachfüllen. Das war eigentlich gut. Jetzt können wir da oben dann auch eine Reihe wegnehmen. Ich brauche übrigens unbedingt eine Batterieladestation. Kann man die jetzt auf die Schnelle mal hin tun? Ähm. Nein. Nein. Wir haben Erdbeeren geerntet. Wir haben Honig bekommen. Wir könnten hier Kost zuerst eintun. Wirklich. 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 komm okay grün look lieber eine leiterplatte ein bisschen Holz und ein paar Ananas Samen, Samen, Samen so da oben weiter abreißen Mist, ich brauche eine neue Axt vorher glaube ich die 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 So, ein Türen an. Ein Türen an. Ein Türen an. So, und dann? Können wir jetzt erst einmal die Schachtel hinstellen. Die ganzen leeren Batterien. Die Antennen, den Sprinkler. Okay, und jetzt brauchen wir eine neue Axt. Eine Axt. Dankeschön. Ein Bolzen. Lass, du hast immer gleich zwei Planken. Dann brauchen wir noch ein paar. Schrott. Zug. Okay. Und die Eier darüber. Und da sind die Eier. So, wie geht's euch da rein, hm? Gefühlt sich da herunten sicher super wohl, oder? Nächstes denkt man öfter dran, das als Hacker zu scheren. So. So. Jetzt krieg ich die ganzen Seilen wieder zurück, hm? So. Okay, also Nummer eins ist sowieso klar. Ach so. doubts. Da kann man es wirklich ein bisschen schief das wäre interessant Das war's für heute. so 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 jetzt wäre dann die Frage, machen wir wieder so eine Stufe oder machen wir es einfach flach ähm Moment mal das geht ja hier gar nicht bei halber Höhe das ist doof das ist echt doof zwecks halber Höhe geht das gar nicht ach das ist doof na gut dann müssen wir doch noch eine hoch oder eine runter eine runter da hoch mach mal mach mal zu auf zum das ja gu gu Ah, das kann man dann auch wegschmeißen eigentlich. Und da heroben sind es dann quasi normale Wände, was aber auch heißt, dass man das hier nicht. Oh. 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 Okay. Schaut doch platzmäßig deutlich netter aus, so, denke ich. Der Wassertank schaut noch ganz gut aus. Wir sollten mal die vielleicht einsammeln und einräumen. So. Und dann sollten wir unbedingt die neuen Insel nochmal suchen. Jetzt wächst Titan. Die Treppe da müssen wir auch neu bauen, das müssen wir neu machen. Ja und da wird es dann halt so ein... Ich wusste doch, warum ich zwei gebaut habe. Da könnte man dann die Treppe hoch machen. Ja. Aha. Hm! So, wo werden die Treppe? Dann kommt man da hoch. Hat man es viel leichter. So, komm her. Okay, die Treppe ist hier vielleicht doch nicht so toll. Die Treppe müssen wir verlegen. Das ist gar nicht gut. Wir könnten sie vielleicht ein oder zwei nach vorne rücken. So, vielleicht... Naja, mal schauen. Wir werden sehen, wie das dann bleibt. Jetzt im Moment kann man auf jeden Fall sagen, es kommt alles weg. Okay. Ähm... Ja, das können wir auch noch machen. Ich denke, das wäre so okay. So, euch geht's blendernd. Gut. Ihr habt so viel Grön wie noch nie. Wir haben immerhin schon ein, naja, sagen wir mal zu ein Drittel umgebautes Floß. Wir sollten da mal vielleicht noch die Schnelle weiterbauen. Aber ich würde sagen, nicht nur heute, sondern in der nächsten Folge. Und dann ist der Tischschobber Bar. Ich sage mal Tischschobber Bar. Und dann sollten wir wirklich in Richtung in, sobald wir es wieder aufstellen können. Bahn. Schweigs für Braun-Titan. Das war ja nur eines der drei Dinge, die neu sind. Also, ich sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.